Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine und ich begrüße euch zu einer neuen Serie über Kartenhintergründe. Heute fangen wir mit etwas ganz Einfachem an, nämlich der Folientechnik mit Aquarellmarkern. Bei der Folientechnik wird mit Aquarellmarkern auf die Folie gemalt. Das Ganze wird dann mit einem sogenannten Mini-Mr. Nass gesprüht, also mit einem kleinen Sprühnebel versehen und dann aufs Papier gedrückt. Ich möchte euch hier zwei Beispiele zeigen, anhand derer man erkennt, welchen Einfluss man darauf nehmen kann. Bei Versuch 1 benutze ich relativ wenig Wasser und verteile die Farbe nur sehr sparsam. Und ihr seht, ich bekomme eine Textur, man kann die einzelnen Farbflächen ganz gut auseinanderhalten und es sieht wirklich sehr kräftig aus. Bei dem zweiten Versuch trage ich ähnlich viel Farbe auf, aber deutlich mehr Wasser und verteile dann auch die Farbe viel mehr. Und dann entsteht so ein ganz sanfter Hintergrund mit vielen Überblendungen zwischen den Farben. Das ist also eher so eine sehr gleichmäßige Fläche. Beides kann man zusammen super kombinieren und das mache ich heute mal auf einer Karte. Ich habe mir für heute eine Supermaus ausgesucht und möchte für die gerne einen Hintergrundhimmel machen. Eigentlich wollte ich gerne so einen Abendhimmel machen, deshalb habe ich drei Blautöne und ein bisschen Schwarz gewählt, um es ein bisschen dunkler zu machen. Habe dann die Farbe aufgetragen und habe erstmal sehr viel Wasser benutzt, weil ich so einen gleichmäßigen, wolkigen Himmel haben wollte. Habe dann geschaut, dass ich die Farbe wirklich so durch die Folie durchstreiche, dass sie bis zum Rand der Karte geht und ich keine weißen Flecken zurückbehalte. Und bei Aquarellfarbe ist es so, wenn sie trocknet, dann wird die Farbe oft noch so ein bisschen heller. Das heißt, die Farbe war mir für den Abendhimmel eigentlich nicht dunkel genug. Deshalb habe ich dann die Folie nochmal genommen, habe die erste Schicht der Farbe mit einem Föhn trocken geföhnt, weil nur dadurch, dass die erste Schicht trocken ist, kann ich danach gut Textur einarbeiten. Habe dann also nochmal Farbe aufgetragen, wollte eigentlich ein bisschen weniger Wasser nehmen, es ist dann doch wieder ein bisschen mehr Wasser geworden. Aber das habe ich dann eben auch wieder verteilt und diese zweite Schicht reagiert dann mit der ersten und es gibt so ein bisschen Flecken und Muster hier und da. Allerdings habe ich das dann nochmal trocken geföhnt und was man jetzt auf dem Video nicht sieht, habe ich dann nur nochmal die Folie mit der restlichen Farbe, ohne nochmal Farbe oder Wasser aufzutragen, einfach die restlichen Tropfen da nochmal drauf gedrückt. Und dadurch habe ich so ein Tropfenmuster bekommen. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil ich finde, es sieht jetzt eher wie unter Wasser aus und nicht wie ein Himmel, vorher war es ein bisschen wolkiger, aber es gefällt mir trotzdem und ich habe gedacht, ich bleibe dabei und zeige euch dann einfach, wie man das trotzdem benutzen kann. Ich wollte gerne eine Vignette am Rand der Karte haben, einfach um das so ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen und weil ich finde, so eine Vignette macht das Ganze noch ein bisschen abendlicher, so konnte ich die Farbe auch noch ein bisschen dunkler bekommen. Und habe das Oxide-Kissen in Chipped Sapphire benutzt. Da habe ich also den Randeimer rundherum gewischt und habe in dem Moment noch nicht drüber nachgedacht, dass ich eigentlich gar nicht die ganze Fläche benutzen möchte. Eigentlich hätte ich also vorher den Teil, den ich nicht brauche, abschneiden können, um dann einzufärben, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Habe dann also gemerkt, dass das eigentlich zu groß ist, dieses Paneel für die Karte und für meine Vision von der Karte. Und habe es deshalb genommen und dann das untere Stück abgeschnitten, weil ich eben wollte, dass ich unten so einen Platz für den Text habe. Leider bin ich hier ein bisschen aus dem Bild gerutscht, bitte verzeiht mir. Ich habe also meinen Corner-Jomper benutzt und habe die Ecken abgestanzt. Das habe ich auch bei der Kartenbasis gemacht. Und dann habe ich ganz viel von meinem doppelseitigen Klebeband benutzt, um dieses Paneel auf die Karte zu kleben. Ich habe das deshalb so großzügig benutzt, weil das Aquarellpapier sich durch das ganze Wasser und das ganze Föhn sehr gewellt hatte. Und ich so die Möglichkeit habe, das relativ flach auf das Papier zu kleben, sodass man hinterher die Wellen kaum noch sieht. Und damit ist der Hintergrund schon fertig. Ihr seht, das ist ganz einfach, ganz schnell gemacht. Und jetzt brauche ich nur noch mein Motiv, Stempeln und Kolorieren und kann es dann auf den Hintergrund kleben. Ich habe mich für Alkoholmarker entschieden, also ich koloriere heute mit Copics, deshalb habe ich mit Memento gestempelt. Habe beim ersten Abdruck allerdings viel zu fester aufgedrückt auf die Nase und irgendwie ist die Farbe da so verlaufen. Deshalb habe ich das auf die Rückseite einfach nochmal gestempelt, habe das trocknen lassen und habe mir dann eben meine Copics genommen, um das zu kolorieren. Bis jetzt habe ich diese Maus immer koloriert mit einem roten Cape. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe dann letztens auf Instagram bei einem von euch gesehen, dass das Cape rosa war und dachte, stimmt, warum halte ich eigentlich immer so an meinem Rot fest? Und habe beschlossen, ich mache das Cape heute lila. Allerdings habe ich angefangen mit der Maus, die habe ich in warmgrauen Tönen gemacht. Ich hatte erst überlegt, neutralgraue Töne zu nehmen, aber ich finde immer, dass gerade für Tiere und für Kreaturen mit Fell so ein warmgrauer Ton fast schöner ist, weil er so ein bisschen lebendiger aussieht. Gerade das Kaltgrau ist schön für Metall und so weiter. Das Neutralkrau kann man eigentlich auch benutzen für alles, ganz wunderbar. Allerdings finde ich diesen warmgrauen Ton gerade für Mäuschen irgendwie auch so ein bisschen, ich finde, sie wirken dadurch noch ein bisschen niedlicher und eben auch ein bisschen lebendiger. Habe das also koloriert, wie ich koloriere, dazu gibt es ja ein Video, vielleicht habt ihr das schon gesehen, das könnt ihr sonst in unserem Instagram-Kanal, in unserem YouTube-Kanal finden. Habe also wie immer von dunkel nach hell gearbeitet, am Schluss die dunklen Schatten gesetzt und habe dann mit einem sehr hellroten Stift, ich glaube, das ist der R dreimal die Null, mit dem habe ich dann noch an den Pfoten und in den Ohren ein paar Akzente gesetzt. Wie immer liste ich euch alle benutzten Farben unten in der Infobox auf, das heißt, wenn ihr wissen wollt, mit welchen Farben ich koloriert habe, schaut einfach unten in die Infobox unter dem Video und findet dort die ganzen Farben, vielleicht hilft euch das bei eurer Koloration. Gerade mit den Lila-Tönen tue ich mich immer total schwer. Allerdings habe ich mir irgendwann mal das Hex-Chart von Sandy Allnock bestellt, vielleicht könnt ihr euch das mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist quasi so eine Farbübersicht über die Copics mit so kleinen Hexagons, die alle aneinandergereiht sind und da sind die eben nicht nach Farbfamilien und nach Zahlen sortiert, sondern tatsächlich danach, welche Farbe wozu passt und welche Farbe optisch neben welcher liegt. Da hat Sandy Allnock relativ viel Arbeit reingesteckt und ich finde diese Übersicht toll. Außerdem kriegt man dann diese Übersicht eben auch einmal unkoloriert, sodass man selber die ganzen Farben, die man selber hat, reinmalen kann und so eine Übersicht hat. Und so habe ich dann meine Lila-Kombination für heute auch gefunden. Ich habe also auf dem Chart geguckt, welche Farben habe ich überhaupt hier, welche habe ich zur Verfügung und habe dann damit koloriert. Jetzt habe ich mir meine Schere genommen und habe gedacht, Mensch, immer lasse ich einen weißen Rand da dran. Das ist irgendwie so ein Trend, der ist vor ein paar Jahren ja vor allem mit den Stanzen aufgekommen. Ich selber benutze ja aber gar keine Stanzen. Zu unseren Stempeln gibt es bislang auch gar keine Stanzen. Das hat unterschiedliche Gründe, aber ich habe dann gedacht, naja, immer mache ich diesen weißen Rand, der ist doch gerade auf dieser Karte überhaupt nicht nötig. In dem Fall würde der sogar eher so ein bisschen vom Hintergrund ablenken und so eine komische, völlig deplatzierte weiße Linie zwischen dem Hintergrund und meinem Motiv irgendwie schaffen. Und deshalb habe ich mich gegen diese weiße Umrandung entschieden und habe direkt bis zur Kante geschnitten. Da man ganz selten nur so perfekt ausschneidet, oder da ich nur ganz selten so perfekt ausschneide, dass tatsächlich auch die schwarze Linie an allen Stellen gleich dick ist und so weiter, macht es manchmal Sinn, dass man sich hinterher einen schwarzen Marker nimmt und vor allen Dingen diese weiße Papierkante, die man ja nach dem Schneiden sieht, die einfach schwarz anmalt. Und das sieht dann so ein bisschen perfekter aus, sage ich jetzt mal, also es sieht ein bisschen sauberer aus. Dabei ist für mich total wichtig, aber das liegt an meinem Ungeschick, dass ich den Marker von der Rückseite des kolorierten Motivs ansetze und niemals von vorne. Ich habe das anfangs auch ein paar Mal von vorne dran gehalten, bin mit dem Stift abgerutscht und habe schön über meine Koloration gemalt. Wenn ich jetzt abrutsche, dann habe ich auf der Rückseite eine Linie und das stört mich ja nun mal überhaupt nicht. Da gehe ich also einmal drum herum und damit sieht das dann deutlich perfekter aus als vorher. Die Maus wird jetzt auch aufgeklebt, auch auf Abstandsklebeband, weil ich die so ein bisschen schwebend haben wollte in der Luft. Und dann nehme ich meinen Memento-Marker, mit dem ich auch gerade die Kante des Papiers gemalt habe. Das könnt ihr übrigens mit jedem schwarzen Marker machen. Mit dem Memento habe ich dann so ein paar Speedstreifen hinten dran gemalt und mit einem weißen Gelstift habe ich dann in den Hintergrund noch so ein bisschen gefunkelt und ein paar Sternchen und ein paar Punkte gemalt. Weil ich finde, dass die Maus eben eine Superheldin ist oder ein Superheld. Und dass da ruhig ein bisschen gefunkelt und Magie sein kann. Allerdings, ihr wisst ja, dass ich nicht so auf Glitzer stehe, wenn ihr meine Videos kennt. Also an der Stelle wäre wahrscheinlich ein Wink of Stella oder irgendein anderes Glitzerprodukt schon auch passend gewesen. Aber ich habe es einfach bei einem weißen Gelstift belassen. Und damit waren der Hintergrund und die Maus fertig und ich musste nur noch einen Text stempeln. Ich hatte zwar das Memento-Stempelkissen schon draußen liegen, ich finde für Texte aber tatsächlich das Versafine besser, weil das viel sauberere Ergebnisse bringt und viel knackiger stempelt. Dann habe ich also noch das Du hast Superkräfte hingestempelt und damit war die Karte auch fertig. Ich hoffe, das inspiriert euch, meinen eigenen Hintergrund zu machen. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche.